Hi, Felix hier. Ich habe den Film letzte Woche gemacht. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Besonders gut hat euch der Kunstteil am Schluss gefallen, also dieses Tanzen mit den Roboter-Exoskeletten. Das ging mir ähnlich, habt ihr wahrscheinlich gesehen. Aber es gab auch ein bisschen Kritik und auf die würde ich gerne eingehen. Kommentar Nummer 1, Hannes R. schreibt, er hätte gerne deutlich kritischer sein können, beispielsweise Überwachung, Monopole, Steuerflucht. Das hat schließlich auch etwas mit der Zukunft zu tun. Ja, das hat es, sehr viel sogar. Facebook, also auch Instagram und WhatsApp, haben erst letztes Jahr angefangen, ein bisschen mehr Steuern, also ein bisschen mehr als nichts zu bezahlen. Wir bezahlen aber immer noch viel, viel weniger als die klassischen amerikanischen Unternehmen. Und Amazon hat im vergangenen Jahr keinen einzigen Cent Umsatzsteuer bezahlt. Wenn man sich dann anschaut, dass die kalifornischen Schulen in katastrophalem Zustand sind, weil sie viel zu wenig Geld haben, und man dann überlegt, dass viele der reichsten Unternehmen der Welt in Kalifornien sind, dann frage ich mich, was denken die Leute denn, wie Schulen bezahlt werden sollen, wenn nicht von Steuern? Ich habe dann mit einigen amerikanischen Unternehmern gesprochen, die ihre Kinder dann auf Privatschulen schicken, weil sie sagen, die öffentlichen Schulen sind einfach nicht gut genug. Das hat mir nochmal gezeigt, auf was für wackeligen Beinen der amerikanische Traum, also, dass jeder die gleichen Chancen hat, reich und erfolgreich zu werden, auf was für wackeligen Beinen das steht. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich angemessen die Kritik in meinem Film unterbringen kann, ohne mein Thema zu verfehlen. Mein Thema war ja Innovation in Silicon Valley und nicht in so eine Systemkritik abzurutschen. Das ist wichtig, aber das war nicht das Thema meines Films. Und dann habe ich mich schließlich dazu entschieden, weil ich das sehr greifbar fand und weil man das überall sieht in San Francisco, die Armut, also die Ungleichheit, die Leute, die auf der Straße leben und die Wohnungskrise, das fand ich für mich am greifbarsten und habe die anderen Sachen nur ganz kurz erwähnt. Genau, so habe ich mich entschieden, das da so einzubauen, aber es freut mich total, dass ihr mehr Bock auf die großen Fragen habt. Und das werde ich mir für die Zukunft merken. Okay, Nummer zwei, autonomes Fahren. Viele von euch haben Jokes darüber gemacht, dass sie selbst auch freihändig fahren können. Nur mal zur Klarstellung, also darum geht es nicht. Man macht tatsächlich dann überhaupt gar nichts, also weder Bremsen, Lenken noch Gas geben. Man ist einfach nur da, falls irgendetwas wirklich schiefläuft. Aber ich vermute, das war eher ein Diss, weil man das in der Demo nicht so gut gesehen hat. My bad, sorry. Aber jetzt zum Kommentar und zwar von BroccoliOMG. Sie schreibt, oder er schreibt, alles gut und schön, aber über eine Sache kann ich mich schon wieder nur aufregen. Da hat die gute Frau schon gesagt, dass die deutschen Hersteller beim autonomen Fahren fünf Jahre hinterher liegen. Und dann geht man genau zu diesen, um sich das zeigen zu lassen. Sorry, aber das ist ja mal ein richtiger Face-Parm. Das verstehe ich nicht ganz, weil genau das wollte ich mir dann auch anschauen, als das gesagt wurde, wollte ich sehen, ist das denn wirklich so? Und ich meine, was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass in San Francisco die selbstfahrenden Autos schon überall auf den Straßen rumfahren, schon seit einer ganzen Weile. Und das haben wir ja in der Demo auch gesehen, dass die Deutschen noch nicht so weit sind. Also, dass da noch einiges an Aufholbedarf besteht. Und das war mir wichtig, das zu zeigen. Aber tatsächlich hatte ich auch einen Termin bei Waymo. Das ist dieses, das ist das selbstfahrende Autoprogramm von Google. Das ist jetzt so ein Schwesterunternehmen, mittlerweile ausgelagert von Alphabet. Und die sind tatsächlich gerade mit am weitesten. Und bei denen hatte ich einen Termin, aber da ist leider in allerletzter Sekunde geplatzt, weil mein Kameramann eine wichtige Familienangelegenheit hatte. Und dann gab es keinen neuen Termin mehr. Und dann habe ich mir das überlegt. Aber im Endeffekt habe ich gedacht, das funktioniert auch so. Es wäre natürlich besser anders gewesen, aber ja, das ist natürlich schade. Aber mir waren die Deutschen dann im Endeffekt auch wichtiger, dass wir zeigen, was ist denn in Deutschland und wie weit sind wir im internationalen Vergleich. Okay, next. Biefki schreibt, ich frage mich halt, brauchen wir autonomes Fahren wirklich? Also Elektroautos, klar, aber warum brauchen wir unbedingt autonomes Fahren? Brauchen tun wir es wahrscheinlich nicht. Aber die spannendere Frage, fand ich, ist, wird es trotzdem kommen? Und nach allem, was ich gesehen habe und was ich da gehört habe, ist die Antwort für mich relativ eindeutig ja. Und dann, finde ich, sollten wir uns damit auch auseinandersetzen. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Es gibt viele Herausforderungen, Sicherheit, neue Gesetze, wer trägt die Verantwortung, ethische Fragen. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch sehr viel Potenzial darin steckt und auch vielleicht positive Sachen, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Also klar, diese Zeitersparnis und so weiter und so fort, das wissen wir alle. Aber wenn man sich jetzt unsere Städte anguckt, die sind, so viel Platz in Städten wird von Parkplätzen eingenommen, von Parkenden Autos, die nur rumstehen, die den größten Teil der Zeit überhaupt gar nichts machen und einfach nur Plätze blockieren, wo zum Beispiel Fahrradwege sein könnten oder eine bessere Infrastruktur für den öffentlichen Nahverkehr. Und wenn Autos selbst fahren können, dann können sie auch selbst wieder wegfahren, selbst nach Hause fahren. Dann bräuchten wir auf jeden Fall viel weniger Parkplätze in den Innenstädten. Und das fände ich zum Beispiel ziemlich cool. Ich glaube, da gibt es sehr viel. Und wenn wir uns da wirklich reinfuchsen oder wenn sich da reingefuchst wird, dann kann das wirklich sehr viele Vorteile haben. Aber natürlich, die negativen Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden und große Herausforderungen kommen da auch auf uns zu. Und jetzt der letzte Kommentar, der kommt von Josch. Er schreibt, Lieber Josch, da sprichst du mir tatsächlich ein bisschen aus der Seele. Ich habe tatsächlich häufig in San Francisco, hat es sich mehr sozial dystopisch als tech-paradiesisch angefühlt. Und ja, natürlich müssen wir darüber sprechen. Die Armen werden häufig mit dem Versprechen abgefrühstückt, dass sie morgen auch wieder reich sein können. Und die Wohlhabenden sind sich keiner Verantwortung bewusst, weil sie sagen, sie haben doch das verdient. Also sie haben doch viel dafür gearbeitet, dass sie ihren Wohlstand haben. Ich habe mit vielen Leuten tatsächlich auch darüber gesprochen, aber da habe ich auch immer wieder gemerkt, dass die Amerikaner, auch die Kalifornier, recht patriotisch sind und nicht wirklich Bock haben, mit einem Auslander zu diskutieren, ob ihr System gerecht oder ungerecht ist. Das müssen sie auch eigentlich nicht. Natürlich geht das uns auch an, weil wir sind zusammen in der Weltwirtschaft und natürlich, was in Amerika passiert, das hat auch Einfluss auf uns. Aber nochmal, mein Film sollte kein Expertenfilm sein, der in die Tiefe geht bei diesen verschiedenen Sachen, sondern ich wollte eher einen kurzen Überblick über viele verschiedene Themen geben für Leute, die sich noch nicht so damit auskennen, was in Silicon Valley passiert, was es für Innovationen gibt. Und die Kritik habe ich halt eben dann nur relativ kurz angesprochen. Vielmehr hatte ich das Gefühl, konnte ich in meinem Film in den 20 Minuten nicht leisten. Oder ja, weil das einfach das primäre Thema war, Innovationen in Silicon Valley. Aber nochmal, es freut mich wirklich, dass ihr Bock auf die großen Fragen habt. Und das werde ich mir in Zukunft merken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder von mir. Und hat Spaß gemacht. Danke. Ciao.